20.15 Uhr, Pro 7 Was machst du denn da? Ich trainiere schon mal mein Pokerface. Und was heißt das jetzt? Bloß nicht lachen! Na, dann lass mal sehen. Jo, und du? Das war aber nix. Ich hab nicht gelacht. Ich hab auch schon sehr gelacht. Wer nicht lacht, gewinnt. Reiß dich zusammen. Wer hat seine Lachmuskeln am besten unter Kontrolle? Kann ich das nochmal sehen? Pokerface. Nicht lachen. Ab 7. Januar 2020